Über die Jahre hat sich die Technik um uns herum immer stärker verbessert. Wo es früher noch möglich war, hauptsächlich durch gute Hardware neue Kunden zu finden, rückt das Thema Software und Optimierung immer stärker in den Fokus. Ich meine, wie sieht es bei euch aus? Ich könnte wetten, dass die meisten von euch sich mittlerweile nicht mehr für ein einzelnes Produkt entscheiden, sondern vielmehr für ein größeres Ökosystem. Doch tatsächlich wird eben das Thema Ökosystem von den meisten immer noch automatisch mit dem goldenen Käfig aus Kalifornien verbunden. Umso intensiver ich mich aber in letzter Zeit mit dem Samsung-Ökosystem auseinandergesetzt habe, desto stärker ist mir aufgefallen, dass sich die Koreaner wirklich überhaupt nicht verstecken müssen und sogar in einigen Aspekten die Nase vorn haben. Und mal ganz ehrlich, Leute, wer von euch hat beim Thema Ökosystem wirklich an Samsung gedacht und nicht zuerst an Apple. Ich denke, da wird es den meisten so gehen. Und genau aus diesem Grund wollen wir uns heute eben auch mal die andere Seite anschauen. Und ich kann euch schon mal sagen, das wird wirklich spannend. Von daher würde ich sagen, legen wir auch direkt los. Auf geht's! Ich denke, es gibt kaum eine Firma, die im Elektronikbereich so verdammt viele unterschiedliche Produktbereiche abdeckt, wie das eben bei Samsung der Fall ist. Ich meine, sie bauen Notebooks, Tablets, Smartphones, Smartwatches, Kopfhörer, Lautsprecher, Monitore, Fernseher, Mikrowellen, Waschmaschinen, Trockner und so weiter und so fort. Ich glaube, da gibt es tatsächlich noch einige Produkte mehr. Und das ist schon eine ziemliche Herausforderung. Denn am Ende müssen möglichst viele dieser Geräte vernünftig miteinander vernetzt sein. Um aber nicht komplett zu eskalieren, konzentrieren wir uns heute vor allem auf das Thema Smartphone, Tablet, Laptops und die Wearables von Samsung. Ich würde aber sagen, wir legen jetzt los und zwar mit dem Thema Dateien. Ja, und ich meine, das ist jetzt so mit das offensichtlichste Thema. Denn die Grundlage von jedem Ökosystem ist eigentlich erstmal die, dass man Dateien zwischen verschiedenen Geräten easy austauschen kann. Das geht bei Samsung zum Beispiel mit Quickshare. Denn mit diesem Dienst könnt ihr Dateien an alle Samsung-Geräte versenden. Zum Versenden wählt ihr dabei eine Datei aus, klickt auf Teilen und dann sucht ihr über Quickshare nach Geräten in eurer Nähe. Interessant ist dabei, dass die Quickshare-Übertragungen zwischen Samsung-Geräten mit Android ziemlich flott waren. Im Vergleich zu Airdrop von Apple waren sie dann aber doch noch um etwa 50% langsamer. Sobald aber jetzt zum Beispiel ein Galaxy Book mit Windows an der Quickshare-Übertragung beteiligt war, wurde die Übertragungsgeschwindigkeit deutlich langsamer. Etwas schade finde ich dabei, dass Samsung seine Quickshare-App nicht auch für andere Android- oder Windows-Geräte freigeschaltet hat. Fairerweise muss man aber auch dazu sagen, dass Apple auch nicht in den kühnsten Träumen daran denken würde, irgendwie Airdrop für andere Anbieter zu öffnen. Dementsprechend ist das so eine Sache, die ich mir einfach gewünscht hätte, die man jetzt hier aber eigentlich nicht großartig kritisieren darf. Immerhin gibt es für andere Android-Smartphones noch Nearby-Share von Google selbst. Dieses Übertragungstool funktioniert dabei auch mit Galaxy-Smartphones, ist aber leider nicht mit Windows-kompatibel. Dafür aber, wie gesagt, mit den unterschiedlichsten Android-Geräten und eben auch mit Chromebooks zum Beispiel. Interessant ist dabei, dass Nearby-Share in meinem Test sowohl schneller als Quickshare war, aber eben auch nochmal schneller als Airdrop von Apple. Und das ist schon eine ziemliche Ansage. Sprechen wir aber jetzt kurz über das Thema Windows und Samsung, denn wir haben hier zum Beispiel das Galaxy Book 2 Pro und dieses ist für mich persönlich bisher ziemlich unterm Radar geflogen. Doch überraschenderweise hat es bei der Software mehr zu bieten, als ich eigentlich dachte. Denn irgendwie bekommt man so das Gefühl, dass Samsung mit Windows so eine Art Symbiose eingegangen ist. Denn auf der einen Seite bringt Samsung seine eigenen Features mit, wie den S-Pen oder die Quickshare-App, die alle eben auch auf dem Notebook von Samsung funktionieren. Aber auf der anderen Seite verzichten sie auch auf eigene Features, wie zum Beispiel die Samsung Cloud und sagen dann dort, hey, nutzt doch einfach die Microsoft-Diese, die Microsoft Cloud. Und ich glaube, das ist kein Zufall. Denn bei Features wie Link to Windows wird Samsung dann wiederum etwas bevorzugt behandelt. Dazu aber gleich mehr. Generell sorgt Link to Windows dafür, dass Android-Smartphones sehr einfach mit Windows verbunden werden können. Das geht zum Beispiel kabellos über euer eigenes Wi-Fi und im Programm Smartphone Link werden dann am Ende all eure Fotos vom Smartphone angezeigt. Zudem könnt ihr ebenfalls auf eure Benachrichtigungen zugreifen und außerdem an eurem PC eben über das Netz des Handys telefonieren. Jetzt kommen wir aber hier zum i-Tüpfelchen für Samsung, denn über den gerade beschriebenen Funktionsumfang hinaus können Samsung-Smartphones bei Link to Windows eben auch auf all ihre Apps zugreifen lassen. Denn im Endeffekt könnt ihr so euer gesamtes Android-Betriebssystem vom Rechner aus fernsteuern und das in einer wirklich guten Übertragungsqualität. Immer wenn ihr also am Rechner seid, braucht ihr euer Smartphone gar nicht erst in die Hand nehmen, weil ihr wirklich alles vom Rechner aus steuern könnt. Ihr merkt also schon, Samsung hat bei ihren Notebooks, was Software angeht, auf jeden Fall einiges getan. Nichtsdestotrotz heißt das jetzt nicht, dass man Samsung-Notebooks blind empfehlen kann, denn es kommt natürlich immer darauf an, was ihr mit dem Notebook machen wollt und vor allem auch, wie viel Leistung ihr von eurem Notebook benötigt. Denn meiner Meinung nach ist das Galaxy Book 2 Pro gerade durch seinen kompakten Formfaktor und die dadurch etwas im Zaun gehaltene Leistung eher für Office-Anwendungen und Social Media geeignet. Speziellere und leistungshungrigere Anwendungsbereiche wie Videoschnitt oder Musikproduktion, die werden auf den Galaxy Books aber wahrscheinlich so leistungstechnisch an ihre Grenzen kommen. Wenn wir jetzt hier aber so langsam zu den Tablets kommen, ist das größte Thema in diesem Bereich ganz klar Zeichnen und Schreiben und das funktioniert bei Samsung eben mit dem S-Pen. Aber im Gegensatz zu Apple setzt Samsung bei ihrem S-Pen eben darauf, dass er von vielen unterschiedlichen Geräten genutzt werden kann. Denn der Stift ist cross-kompatibel und kann theoretisch am Notebook, dem Tablet oder Smartphones wie dem S22 genutzt werden. Interessant ist dabei, dass man den S-Pen auch komplett ohne Akku benutzen kann. Zwar nicht alle Features, aber die wichtigsten Dinge kann man auf jeden Fall ohne Strom machen. Also beispielsweise schreiben oder auch einfach durch das Betriebssystem zu navigieren. Was meiner Meinung nach nicht so gut gelöst wurde, ist die magnetische Ladeposition für den S-Pen. Diese wurde irgendwo ungünstig gewählt, weil man da immer rumfummeln muss, bis man dann wirklich die richtige Position gefunden hat. Das ist beim iPad schon besser gemacht worden. Es gibt aber, was das Galaxy Tab S8 angeht, noch ein ziemlich spannendes Feature, denn wir können gewisse Bestandteile von Apps ans Smartphone auslagern. So könnt ihr zum Beispiel bei Samsung Notes die Farbpaletten und eben auch die Stifteinstellungen über das Smartphone steuern, sodass ihr im Endeffekt am Tablet mehr Platz zum Zeichnen habt. Und ich meine, das ist ein wirklich cooles Konzept, was halt die Geräte nochmal näher zusammenrückt. Allerdings ist es bisher eigentlich eher ein Showcase. Es gibt nur eine Handvoll Apps, die das überhaupt unterstützen. Es ist zwar cool, dass Samsung das anbietet, hier muss aber definitiv noch mehr kommen. Und wo Julian ja gerade schon über das Tab S8 Plus spricht, möchte ich euch hierauf jetzt auch gleich den Sponsor des heutigen Videos vorstellen und der heißt Home Connect Plus. Und die Smart Home Fans unter euch da draußen, die werden folgendes Problem vielleicht kennen, denn viele smarte Geräte bedeuten auch viele Apps und hier kommt Home Connect Plus eben ins Spiel, denn sie bündeln die Apps verschiedenster Hersteller in einer App, die dabei auch noch kostenlos ist. Ihr könnt euch außerdem ganz easy unter anderem mit eurem Google oder Apple Account einloggen und ihr braucht auch eben keine zusätzliche Bridge. Innerhalb der App könnt ihr nun auch Boards anlegen und diverse Anpassungen vornehmen. Zum Beispiel lässt sich neben der Farbe auch ein entsprechendes Symbol zu der jeweiligen Kategorie auswählen und in diesem Fall ist unser Beleuchtungsboard geöffnet, über das wir nun ganz leicht jeden Bereich in der Halle steuern können. So lässt sich die Home Connect Plus App theoretisch auch als eine Art Smart Hub nutzen, der eine Steuerzentrale für eure eigenen vier Wände darstellen kann. Außerdem lassen sich auch sogenannte Automationen erstellen, bedeutet alle Geräte und Gruppen, die ihr in eurer App habt, lassen sich dann zu unterschiedlichen Abläufen programmieren. Unsere Feierabend-Automation beispielsweise stellt, wenn wir nach Hause gehen, alle Geräte in der Halle aus und schaltet einen Alarm scharf. Der Modus kann dabei nur durch das Abschließen mit unserem Nuki-Schloss an der Tür aktiviert werden. Dann gibt es ein Signal und Informationen an die App, die wiederum dann checkt, ob beispielsweise schon nach 16 Uhr ist oder sie findet mit Hilfe des Bewegungsmelders in der Halle heraus, ob sich noch Leute darin befinden. Das Ganze ist also durchaus lohnenswert, wenn ihr verschiedene Geräte unterschiedlichster Hersteller zu Hause bei euch habt und diese in einer App bündeln wollt. Mehr Informationen bekommt ihr über den Link in der Infobox. Es gibt aber auch gute Neuigkeiten für alle da draußen, die jetzt kein Tablet oder kein Notebook kaufen wollen und die primär mit dem Smartphone arbeiten. Denn Samsung arbeitet jetzt schon seit, ich glaube, etwa vier Jahren an Samsung DeX. Und Samsung DeX ist dabei eine Lösung, mit der ihr euer Smartphone zum Rechner machen könnt. Es wird einfach mit einem Monitor oder dem Fernseher verbunden und zeigt dann dort ein Windows-ähnliches User-Interface an. Und ich muss schon sagen, ich fand die Erfahrung mit Samsung DeX wirklich sehr positiv. Ich glaube, ich hatte es jetzt zwei Jahre nicht mehr ausprobiert und ich habe es jetzt hier einfach mal an meinen Schreibtisch-Setup angebunden. Du steckst einfach dein Smartphone beispielsweise per USB-C an und schon funktioniert alles. Meine Logitech, Maus und Tastatur waren sofort verbunden und ich konnte einfach loslegen, ohne irgendein Setup erst durchklicken zu müssen. Was jetzt aber in meinem Setup dann doch etwas schade war, ist, dass der Widescreen-Monitor leider nicht auf voller Breite unterstützt wurde und wir somit halt links und rechts halt schwarze Balken hatten. Dafür lief aber alles ziemlich flüssig und auch recht viele Apps unterstützten eine optimierte Ansicht. Generell ist Samsung DeX dabei extrem flexibel in der Anwendung. Bei mir hat es jetzt einfach über ein USB-C-Kabel funktioniert. Es gibt aber auch Adapterkabel zu HDMI, sodass man auch ältere Monitore nutzen kann. Es gibt drahtlose Verbindungsmöglichkeiten, sodass man zum Beispiel einfach einen Smart-TV verbinden kann und somit wird eigentlich jeder bei sich zu Hause irgendwie einen Anwendungsfall dafür finden. Und das finde ich schon ziemlich cool. Es gab aber für mich trotzdem noch eine Sache, die mir aufgefallen ist. Und zwar konnte ich jetzt hier an meinem Monitor nur Full-HD nutzen. Und das liegt eben daran, dass ich kein offizielles DeX-Kabel nutze und auch keine DeX-Station im Einsatz habe. Erst dann werden Auflösungen wie zum Beispiel 4K unterstützt. Wenn wir aber jetzt zum Thema Wearables kommen, dann ist das Ökosystem auch extrem entscheidend. Denn ich glaube, nicht ohne Grund hat es Apple geschafft, mit ihren AirPods einen so großen Marktanteil zu erschließen. Das sind ja mit Abstand die meistverkauften Kopfhörer aktuell. Und Samsung hat mit den Galaxy Buds ebenfalls viel ins Ökosystem investiert. Schaust du dir zum Beispiel einen Film auf dem Tablet an, sagst dann aber, hey, ich möchte auf meinem Smartphone Musik weiterhören, wechselt der Ton automatisch mit. Auch beim allerersten Einrichtungsprozess werden die Galaxy Buds sofort erkannt. Sowohl Smartphone als auch Tablet unterstützen dabei Quick Buds Control 8. Das ist ein Feature, mit dem ihr in wenigen Klicks direkt im Betriebssystem zum Beispiel die aktive Geräuschunterdrückung ein- und ausschalten könnt oder den Akkustand immer im Blick habt. Wenn man seine Galaxy Buds dann mal verlegt, können sie im Samsung-Ökosystem auch leicht wiedergefunden werden. Denn in der SmartThings App kann man die Kopfhörer ein lautes Ortungsgeräusch abspielen lassen, um sie dann wiederzufinden. Falls die Ohrhörer aber außerhalb des Bluetooth-Bereichs sein sollten, kannst du mit Hilfe der Offline-Ortungsfunktion sehen, an welchem Ort sie das letzte Mal in Verbindung mit eurem Smartphone standen. Kommen wir aber noch mal kurz zur Galaxy Watch, denn hier wurden die Kopfhörer von Samsung auch ähnlich gut in das User-Interface implementiert und so kann man auch hier mit wenigen Klicks das Noise-Canceling ein- oder ausschalten und den Akku im Blick behalten. Insgesamt funktioniert die Galaxy Watch 4 im Samsung-Ökosystem aber vor allem als Erweiterung der Smartphone-Funktion. Beispielsweise lässt sich die Kamera-App des Smartphones auf der Uhr eben als Fernauslöser bedienen oder die Watch kann eben auch in Verbindung mit einem auf dem Smartphone gestarteten Workout genutzt werden. So startet man zum Beispiel in der Samsung Health-App ein Workout-Video und kann das dann auf dem Smartphone oder dem Fernsehen schauen, währenddessen die Uhr beim eigenen Training misst, ob wir alles richtig machen und eben auch die Fitnessdaten für uns einsammelt. Und das ist schon ziemlich clever gemacht, auch wenn die Galaxy Watch 4 an sich so den ein oder anderen Nachteil mit sich bringt. Falls ihr euch dafür aber noch mal genauer interessiert, schaut euch gerne unseren Testbericht zur Galaxy Watch 4 noch mal genauer an. Bevor wir aber gleich zu meinem Fazit kommen, möchte ich euch noch eine Bonus-Feature zeigen und das hat mit dem Display zu tun. Denn wenn ihr neben dem Galaxy Book auch ein Galaxy Tablet benutzt, könnt ihr einfach euren Bildschirm erweitern. Das funktioniert einfach, indem ihr zuallererst auf dem Tablet die Second-Screen-Funktion aktiviert und danach auf eurem Notebook die Tastenkombination Windows plus K drückt. Denn jetzt könnt ihr ein weiteres Display auswählen und schon baut sich die Verbindung zu eurem Tablet auf und das komplett ohne Kabel. Im Vergleich zu Apples Sidecar haben wir hier sogar den Vorteil, dass wir über den Touchscreen des Tablets auch alles per Finger bedienen können. Nichtsdestotrotz hat mir der Verbindungsaufbau an sich aber bei Apple etwas besser gefallen, denn in eigentlich nur so drei Klicks war direkt alles geregelt. Das ist bei Windows dann schon noch ein bisschen fummeliger. Kommen wir aber jetzt zum langersehnten Fazit. Und ich muss ehrlich gestehen, ich habe das Samsung-Ökosystem unterschätzt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, das war heute schon viel Input. Es gibt super viele Funktionen, die man zwar alle schon mal gehört hat, aber die dann so gebündelt in einem Video zu sehen, war jetzt schon krass. Und ich glaube, das ist auch zugleich so ein Nachteil. Man muss einfach sich dem bewusst sein, dass es sehr fordernd ist. Also wenn man jetzt neu in dieses Betriebssystem oder in das Ökosystem eher gesagt reingeht, muss man sich schon eine gewisse Zeit nehmen, um sich mit all den Funktionen vertraut zu machen. Und ich glaube, das ist jetzt beispielsweise bei Apple einfach etwas übersichtlicher. Man kann da einfach anfangen und es ist ein bisschen aufgeräumter einfach alles. Aber ich möchte das eigentlich nicht zu sehr kritisieren, weil ich finde, das ist auf der anderen Seite auch wirklich der Charme vom Samsung-Ökosystem, dass man eben so viele Möglichkeiten hat. Jetzt alleine was die Funktion angeht, alleine S-Pen-Features gibt es Dutzende. Also es ist wirklich krass, wie viel man da machen kann und wie offen das System eben auch ist. Denn bei Apple hat man schnell das Problem, dass wenn man jetzt sagt, hey, ich möchte gerne im Apple-Ökosystem sein, aber ein Android-Smartphone nutzen, dass man dann wirklich Steine in den Weg gelegt bekommt. Und das ist bei Samsung eben nicht so. Man kann sagen, hey, ich möchte kein Samsung-Notebook nutzen, sondern ein Dell-Notebook. Oder hey, ich möchte gerne ein Pixel-Smartphone nutzen. Und es funktioniert trotzdem alles zusammen. Mich würde auf jeden Fall sehr interessieren, was eure Meinung zum Samsung-Ökosystem ist und welche anderen Aspekte euch noch interessieren würden. Vielleicht auch andere Hersteller, wo ich mal das Ökosystem checken soll. Schreibt das sehr gerne unten in die Kommentare hinein. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und falls ihr weitere Videos von uns sehen wollt, lasst sehr gerne ein Abo da oder schaut mal hier neben mir vorbei. Dort haben wir euch zum Beispiel unser Galaxy Watch 4 Review verlinkt. Also klickt euch dort rein und dann würde ich sagen, sehen wir uns aber auch beim nächsten Mal wieder. Also macht's gut und bis dahin viel Spaß und tschüss. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020